Eierstock, Eileiter und Bauchfallkrebs sind eine der kompliziertesten Erkrankungen überhaupt. Das Verständnis von Diagnostiktherapie und Nachsorge sind aber entscheidend für den Erfolg einer Behandlungsstrategie. Deswegen haben wir diesen Clip für Sie konzipiert. Wussten Sie, dass weltweit jährlich mehr als 250.000 Frauen an Eierstock, Eileiter oder Bauchfallkrebs erkranken? Bei den meisten dieser Frauen wird die Diagnose erst im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit gestellt. Und dies hauptsächlich deswegen, weil es keine Vorsorgemaßnahmen und keine Frühsymptome gibt. Der Eierstock, der Eileiter und der Bauchfallkrebs sind sich biologisch sehr ähnlich und werden deshalb wie eine Krankheit behandelt. Die Operation ist der wichtigste Schritt in der Diagnostik, aber auch der Therapie überhaupt. Im Allgemeinen werden die Eierstöcke und Eileiter, Adnektomie, die Gebärmutter, Hysterektomie und Teile des Bauchfells, Peritonektomie, mit Entfernung der sogenannten Fettschürze, Omentektomie, entfernt. In vielen Fällen ist zusätzlich eine Teilentfernung des Darms erforderlich, um die Tumorknoten vollständig zu entfernen. Der postoperative Tumorrest ist der wichtigste Prognosefaktor. Die Operation ist eine der schwierigsten chirurgischen Eingriffe und erfordert ein hocherfahrenes gynäkologisch-onkologisches und interdisziplinäres Operationsteam. Im Anschluss an die Operation wird meist eine Chemotherapie über die Vene einige Wochen nach der Operation verabreicht, um die verbliebenen Krebszellen zu zerstören. Diese Behandlung wird allgemein drei Wochen angewandt. In vielen Fällen wird zusätzlich ein sogenanntes zielgerichtetes Medikament als sogenannte Erhaltungstherapie gegeben, um ein erneutes Wiederauftreten, rezidiv, zu verhindern. Die meisten Patientinnen vertragen die in der Regel ambulant verabreichte Krebstherapie sehr gut und erholen sich schnell. Nebenwirkungen können unter anderem das Blutsystem betreffen und die weißen Blutzellen, Leukozyten, die roten Blutzellen, Erythrozyten oder die Blutplättchen, Thrombozyten, vermindern. Daher sind regelmäßige Blutkontrollen während der medikamentösen Krebstherapie notwendig. Außerdem können auch andere Beschwerden wie Übelkeit, Nausea, Blutdruckprobleme, Hypertonie und Haarausfall, Alopezie, auftreten. Bitte berichten Sie Ihren Ärzten von allen Ihren Nebenwirkungen, selbst wenn Sie glauben, dass diese nichts mit der Krebstherapie zu tun haben. Bitte fragen Sie stets Ihren Arzt nach einer Zweitmeinung und danach, ob Sie an einer klinischen Studie teilnehmen könnten, um für Sie die besten Behandlungsmöglichkeiten zu erhalten und an der Verbesserung der Behandlungsergebnisse beim Eierstock, Eileiter und Bauchfellkrebs aktiv mitzuwirken. Wir hoffen, dass unser Clip Sie beim Verständnis der Erkrankung unterstützt hat. Und wenn noch Fragen offen geblieben sind, stellen Sie bitte dies Ihren Ärzten.